Herzlich Willkommen bei Final Fantasy 15 Multiplayer, was Comrade ist, wenn ich es nicht so live angezogen habe, das erste Mal, ich kenne es nicht, deswegen starten, mal gucken, das erste Mal, keine Ahnung was man mit Final Fantasy 15 tun hat, wahrscheinlich nur, dass man so ähnlich da rumlaufen kann wie die anderen Leute und dann Multiplayer da, ja, Gegner kaputt, man kann in der offenen Welt oder so, keine Ahnung, Missionen erfüllen kann, Platin gibt es da auch nicht, da habe ich nachgeguckt, ja, bin ich selber mal gespannt, kann sich jetzt nur so ein Avatar zusammenbauen, das weiß ich, mehr was davon auch nicht, wie das aussieht, Kampfmenü, oder was wie auch immer, wird wohl alles dasselbe sein, Ja, bin ich mal gespannt, ja, hier ist im Hintergrund ein bisschen Sturm, deswegen, stress der Wind ein bisschen, ja, so, bin ich mal, ah, ich schnauze draußen, so, bin ich mal gespannt hier, Ja, so, So, erstem Mal, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie das aussieht, wird wohl so aussehen wie Final Fantasy 15, dass man jetzt da mit irgendwelchen Leuten rumläuft, mal gespannt, Also auch 50 Gigabyte, Hauptspiel hat, äh, von Final Fantasy 15, 15, 106 Gigabyte, mir ganz nett, und, na egal, Für den Tod, kämpft mal, für sonst gar nichts, Äschelig, komm näher, Für die Freiheit oder für den Tod, eins und beiden, Na, nein, ich war, ich war, Da, Libertus, Weißt du, wie du wieder, wie du bist, So, er kann an, wie das ist, so, abbrechen, könnt ihr sehen nicht, Ah, komm, ist mir egal, das steht, Ich will wissen, wie es jetzt aussieht, was man machen kann, Neun Avatar steht, männlich, weiblich, Sag mal, weiblich, schon, oder, Warum nicht, Weiblich, ja, Aber so ne, Merke, Körperbau, Prüste größer machen, Wo hat, Gesäß, weiß nicht, Prost, Weiß nicht, Weiß nicht, Weiß nicht, Wer ist nicht, So, Machen wir da schon die größte, Also klar, Gut, mehr will ich ganz sehen, Weiß nicht, So, da wird schon das größte, Was geht, Alles klar, Gut, Kommen, Der Rest ist mir egal, Das ist eh nur das erste Mal, Man kann acht Leute zusammenstellen, Ähm, Pff, Keine Ahnung, Wie nenn ich sie, Biene kommen, Ist mir doch egal, Ich will die nur mal gucken, Jetzt erst mal, Ja, Aber schon größter Brustumfang, Alles klar, Okay, Da kenn ich ganz andere Dimensionen, All egal, Das zählt jetzt nicht hierzu, So, Gut, Gucken wir mal, Was jetzt passiert, Wie man jetzt da rumlaufen kann, Oder machen kann, Komisches Hauptspiel, Weil es, Es soll nur online sein, Und, So Sachen gehen wir nicht ab, Das ist mir so ein Rücken, Ja, cool, Ist der Charakter, Wie ich da, So wie ich ihn gemacht hab, Na ja, Ich will nur gerade gucken, Wie die Grafik aussieht, Und was man machen kann, So ein bisschen, Dann ist gut, Wahrscheinlich, Würde ich da dauernd nicht weiterspielen, Weil ich nicht weiter zusammen, Nicht für mich sind, Oder ich überleg mir noch, Mal gucken, Oder baue ich mir noch mal, Neuen Avatar zusammen, Die weiß man einfach, So, Just the fun, Komm, Liebsten würde ich da, Doch weiter vorspulen, Dann kann ich mich derzeit wegen strengen, Prost, Prost, Egal wie groß sie wird, Also, Prost muss sie nicht, Okay, Ja, Röttfischer, Scheiße, Nie läuft was nach Plan, Hilft alles nachts, Packt meine Arme rein, Wird wohl jetzt hier erstmal ein Kampf, Jetzt hier passieren, Wahrscheinlich können, Ja, Das Open World, Wahrscheinlich helfen dann, Andere Leute, Bei einem Missions-Fetch zu machen, Kampf-Tutorial, Will ich gar nicht machen, Muss ich da machen, Will ich gar nicht, So, Zu Start bewegen, Alles klar, Ah, Allerdings hat man hier, So ein Waffen, Steuerung, Ja, Ist so ähnlich, Heilmagie, Was wie immer, Die ersten Gegner, Mal gucken, Wie es aussieht, Wie es aussieht, Äh, Man greift doch ganz anders an, Äh, Mit Kreis greifen wir an, Okay, Ist die Steuerung ein bisschen anders, Gefällt mir schon gar nicht, Und wenn ich die 15 schon machen habe, Mit Viereck, Und mit Dreieck, Oder Kreis, Was wie immer, Geht mir eigentlich schon nicht ab, Ich mache mal ein bisschen, Heißt denn, Das Spiel durchspielen, Wie immer generell, Also immer so, So, Besiegt, Tschüss, Ich steuere ein bisschen anders, Wie gesagt, Wie gesagt, Gut, Meier, Oh ja, Cool, Was will helfen, Cool, Wie Energie, Katana, Deutsche, Wir haben schon im Moment nicht, Wie ich das Waffenmenü gleich, Aber mit Viereck haut man nicht mehr, Sondern rollt und so weiter, Hauptsache, Springen ist gleich geblieben, Nicht kanzleeren, Alles klar, Cool, Sehr gut, Gleicht, Genial, Zura, So, Alles klar, Da je, Mein Gegner, Cool, Also ich muss nicht immer cool, Ich hätte meine Gegner, Endkampf, Haut rüber, Oh ne, Muss nicht ein Spinnen sein, Oh scheiße, Kleine Tentakel, Tarantel, Also Tentakel, Mach mal die kleinen Bieste, Kaputt, Haupttentakel, 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 Oh ne, Ich hab sie vernichtet, Cool, Heimagie, Offensichtlich ist Heimagie neu, Alles klar, Oh, Dann weiter, So ganz okay, Sag ich mal, MP heilte ich ja von alleine, Gut, Auch schon gut, Ich bin besser in anderen Charakter zusammengestellt, Aber wenn man auch nicht viel besser oder schlechter, Steuern schon mal anders, Das gefällt mir schon gar nicht, Hau drauf bei, Hundertmal Hau drauf, Na ja, Sieht nochmal ganz gut aus, Da geht auch schnell weg, Ist nochmal, Du krieg mal Erfahrungspunkter, Kann mir sonst hier gucken, Momentan nicht möglich, Aber gut, Einstellen, Dann kommen wir erst alles später, Hier ist wie gesagt der Anfang, Oder was, Das Wildtiere, Ja, Schönes Wildfleisch, Musik ist immer noch der beste von dem Spiel, Wie immer, Wie in jeden Fallen, Fändet die sogar so, Früher die Rundenbasierten, Fänd ich besser, Und normal, Fänd ich 15, Fänd ich, Och, Bis jetzt noch besser, Als das hier, Hier rumlaufen, Ey, Lächerlich, Komm, Ab, So, Als erster da, Was haben wir da, Was haben wir da, Keine Ahnung, Da kann ich jetzt weiter, Ah, Schwennen wir mal weiter, Ist mir egal, Was haben wir hier, Den A7, Da ist ein Fragezeichen, Wenn ich sage, Irgendwas oben wird, Was hier los, Irgendwie nach, Früher sind das dann, Sind das sonst normale Gegner, Aber egal, Scheiße, Draust, Ist mir egal, Was ist die Wiener, hatte. Erst dann ist der Zusatztitel hier, wo quasi ein eigenes Spiel ist, der wollte dann auf einmal kostenlos. Na ja, gut. Na ja, spiele ich lieber als normale Feindliche 15, da habe ich mehr davon, als hier so Online-Kram, ey. Das hier ist jetzt noch so Truriel, nachher sind da richtige andere Online-Leute dabei. Spätestens wenn es kein Internet mehr gibt, kann man das Spiel sowieso nicht mehr spielen. Wie bei den kommigen Motorrad-Spielen, die ich runtergeladen habe, dann brauchen wir Online dafür. Und das Spiel hat keiner mehr im Internet oder spielt keiner mehr im Internet die Spiele. Da kann ich die Trophäen nicht mehr kriegen, also sinnlos. Toll mal, Trophäe. An die Scherze und Linie platt, platt raus. Ich habe keine MP mehr hier, aber ich würde die Humor machen. Aber was uns gegenstände weiß ich nicht, wieso kann ich mich schon, ey. Das ist ein Arschleuer, ey. Da! Missgeburt. Äh, äh, bist du, ey. Aber ich schätze, ich schätze kein Klowski mehr da, ey. So, wir sehen. Die Stadt betreten, naja, der hier. Keine Ahnung, was ist denn das Fragezeichen? Keine Ahnung. Gibt den Schüssel nicht. Einmal weiterkommen und gucken, wie das aussieht. Die versteckte Stadt hinter, ähm, heruntergelassenen Motor. Na, okay. Hier bist du in Sicherheit. Aufgehabgeschlossen, naja, gut. Denk ich mal, was hinkriegt, gut. Na ja. Okay, okay, na ja. Ich sollte hier weiterspielen, nochmal mit einem anderen Charakter herbeischnitt. Ich komme jetzt gerade die Stadt hier an. Wenn überhaupt eine Stadt ist. Irgend so ein Müllhaufen. Ich bin beeindruckt von deinem Kampfstil. Jemand wie dich. Können die Menschenhellen lässt Talon gut gebrauchen. Jetzt hat man hier wohl Mini-Aufgaben. Sieht man ja. Aber jetzt kann man hier mal Ausrüstung machen. Inventar. Charaktere. Inventar. Da hat man nur viel. Und neue Waffe. Ausrüstung, ja. Da. Wollen wir mal drei Waffen. Okay. Wird wohl so sein wie das andere, dass man immer am Tagesabschluss erst die Erfahrungskunde kriegt und so weiter. Was ist das hier für eine Schrottstadt, ey. Stadt oder Schrott, Schrottstadt. Naja. Weißen jetzt. Erst mich schon mal hier. Weg. Danke sehr. Na ja. Jetzt ist mir egal. Jaja. Du kommst ja immer noch so schnell auf. Mein Name ist Libertos. Jaja. Kannst du den Libertos nahestecken. So. Komm her. Ja, ich kann mich eh nix leisten, aber klar, müssen wir erstmal Geld sparen, wenn überhaupt Geld gibt hier, Sachen reparieren, Sachen kaufen, Kettmeier von anderen Spielen her. Keine Ahnung, was die alles hier wollen, maximal acht Dinger möglich, neuen Avatar, dann kann man ab da wahrscheinlich weitermachen, komm Ben, mach ich mir mal neuer, damit ich da grad sehe, ja super, besonder Kennzeichen, ja, kann man alles mögliche machen, brauchen wir eigentlich alles gar nix, Körperbau, ja, es bleibt alles gleich, Kleidung, man hat ja eh nichts am Anfang, ist fertig, ja, wie heißt der, ach von mir ist Werner, ey, so, so, Werner, der gehört auch da, ist mir egal, so, bin ich mal gespannt, da war ich nur zu Tyrion, jetzt kannst du, ob Werner weiterspielen oder was, so, alles klar, hab schon jetzt auch noch meine, ähm, 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 mal Sachen, Katana, mit der Klinge, dem fehlen jetzt die zwei Waffen, oder was, ja, Deutsche, Marke, trotzdem seine drei Waffen, na, scheint das so ganz okay zu sein, dann, ja, wie gesagt, abgleich, rennen dann andere Online-Leute da rum und so weiter und helfen einem wahrscheinlich, jetzt mussten wir ein paar Sachen erledigen, naja, find ich das normale, Final Fantasy 15 besser, so hat jeweils eh hier erstmal nur für den ersten Einblick, deswegen, also speichert sowieso die ganze Zeit manuell, ähm, ja automatisch, deswegen, so, ist wohl gespeichert, sag ich trotzdem mal, daumen mittelmäßig bis nach oben, wie gesagt, mir, mir geht der normal Final Fantasy 15 mehr ab, als hier, also Online-Kram oder was, wo ich von Online-Kram nicht viel gesehen hab, wird wohl aber gleich viel passieren, dass man dann baten muss, dass andere Online-Leute da mitspielen und so weiter, so ein Kram hab ich keinen Bock und deswegen, weiß ich nicht, spiel erstmal mit Final Fantasy 15 durch, und, ja, egal, na, sag ich schon mal, hoffentlich das Video gefallen mit langen Minieren, und, das war's dann hier mit Final Fantasy 15 mit Multiplayer Comrades, Comrades, so, ja, so, steht auch das Name, so, ja, gut, dann bis zum nächsten Mal, wir sind Trissi, erst war's hiermit erstmal, so, statt noch weiter Spiele, glaub ich, nimm ich nicht, weiß ich nicht, erst mal das normale, und dann mal gucken, ja, erster Eindruck, äh, langt ja, so, ja, dann bis zum nächsten Mal, wir sind Trissi, der Bart jetzt.